Das ist der DJI Osmo, ein Griff mit einem aufgesetzten 3-Achse-Gimbal und den habe ich jetzt getestet. Schaut es euch an! Der DJI Osmo ist im Prinzip relativ simpel zu bedienen. Er hat relativ viele Griffe hier direkt am Griff dran. Das zeige ich jetzt einfach mal hier. Da gibt es einmal hier die Möglichkeit, den Gimbal in der Horizontalen zu verändern, als auch in der Vertikalen zu verändern. Ansonsten ist natürlich die Kamera immer ausgerichtet. Drücke ich einmal hier vorne, beziehungsweise zweimal hier vorne, richtet sich automatisch das Gimbal neu aus. Jetzt drücke ich dreimal hier drauf, dann komme ich in den Selfie-Modus und kann mich mit mir selbst unterhalten und mit dreimal draufdrücken, wieder zurückschwenken auf die Gegenrichtung. Ein weiteres Mal hat es sich gezeigt. Die Theorie ist grau. Draußen hatte ich massive Probleme mit der App. Problematisch war einmal, dass ich hier die iOS-App ja nicht mit Vorschau betreiben kann. Das ist auch so geblieben. Tatsächlich ist mir ja aber draußen auch die Android-App abgeraucht. Auf gut Deutsch, ich hatte einen Absturz und danach wollte sie nicht mehr starten. Und wie immer, es gibt eine Lösung. Man muss die App deinstallieren. Das habe ich auch dort schon gemacht gehabt. Aber man muss auch das entsprechende Verzeichnis löschen. Wenn man das gelöscht hat, die App neu installiert hat, dann funktioniert es wieder. Ich habe inzwischen auch einen weiteren Absturz gehabt mit selbem Ergebnis. Also auf gut Deutsch, die Android-App ist auch nicht hundertprozentig stabil. Aber ich möchte hier kurz erklären, was man einstellen kann und zeige hinterher dann noch ein paar Aufnahmen, wie man dann sieht, wie ich es in der Praxis eingesetzt habe. Dass die Kamera ein ganz deutliches Geräusch macht und auch die Motoren ein Geräusch machen, das zeigen nachher die Praxisaufnahmen. Aber was man natürlich machen kann, man kann sehr vieles beeinflussen und das geht über die App, die ich hier einfach mal zeigen möchte. Ich rekorde hier also bereits gerade. Deshalb kann man nicht alles einstellen. Die Kamera zeigt also jetzt hier das Vorschaubild und ich zeige einfach mal, dass ich hier einfach auch direkt die Aufnahme starten kann. Und hier nehme ich einmal das Signal des Android-Tablets ab und rekorde das auf der anderen Seite. Hier kann ich also über die App direkt die Steuerung machen und kann hier die Aufnahme beenden. Und jetzt haben wir wieder das Beispiel, das ich eben schon hatte. Jetzt heißt es, die App einmal deinstallieren, Verzeichnis löschen und nochmal neu installieren. Dann läuft sie wieder. Das werde ich jetzt ein weiteres Mal machen und dann nochmal zeigen, ob ich ein paar Einstellungen für euch machen kann. Was ich hier also machen kann, ist einmal hier die Einstellung machen. Da gibt es den Automatik-Modus. Es gibt das S, sodass ich also den Shutter einstellen kann. Oder es gibt den komplett manuellen Modus, in dem ich eben das Problem hatte, dass ich hängen geblieben bin und die Kamera nicht mehr bedienen konnte. Ansonsten, im Automatik-Modus funktioniert es soweit ganz gut. Man kann hier nochmal eine Belichtungskorrektur machen mit Plus und Minus, sodass man dann eben, man sieht es auch schon im Bild, relativ ordentlich die Einstellung machen kann. Sodass man also heller und dunkler machen kann. So, dass ich hier unten im Moment gerade keine Karte angezeigt bekomme bei Google, ist logisch, denn ich bin im Büro drin. Entsprechend habe ich keinen GPS-Empfang. Aber man sieht schon, hier oben im oberen Bereich hier gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise die Anzeige, für welchen Aufnahmemodus man hat, welchen Shutter-Speed man hat und welche ISO-Zahl eingestellt ist. Und dann kann ich hier natürlich nochmal wechseln in den Foto-Modus, wo ich dann eben entsprechend auch Bilder machen kann. Im manuellen Modus kann ich eben entsprechend hier auch nochmal die Belichtung einstellen, indem ich die ISO-Zahl verändere oder eben den Shutter-Speed verändere. Wie die Aufnahmen geworden sind, sowohl im manuellen Modus als auch im automatischen Modus, Indoor, Outdoor, Schwachlicht, das zeige ich euch jetzt. Das ist also der sogenannte Selfie-Modus. Mit dem kann man direkt so filmen, ist ganz prima. Wenn man jetzt nochmal dreimal die Taste auf der anderen Seite drückt, dann dreht die Kamera automatisch um. Nur nochmal dreimal gedrückt, dreht sie wieder zu mir zurück und damit habe ich auch schon wieder alles. Was ich im Moment sehe, ist, die Kamera ist eindeutigerweise in der Überlichtung drin. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann merkt man, das wird sogar noch eher etwas schlimmer. Aber ich probiere jetzt trotzdem mal hiermit zu filmen und hiermit einfach in der Praxis zu arbeiten, weil genau das ist es ja, was eigentlich diese Anwendung ausmachen soll. Also, direkt so filmen, wie ich es jetzt im Moment mache. Und man sieht schon, da kommt man sehr schnell in die Überlichtung rein. Zwei Blenden, zack, hier die Anwendung auf dem iPhone jetzt. Wie gesagt, eine Vorschau sehe ich nicht und an die Einstellungen komme ich so leider nicht mehr ganz rein. Aber ich mache jetzt einfach noch ein paar Praxis. Also, ich mache jetzt noch ein paar Fragen, ich mache jetzt noch ein paar Fragen, ich mache jetzt noch ein paar Fragen. Ich mache jetzt noch ein paar Fragen, ich mache jetzt noch ein paar Fragen. Ich mache jetzt noch ein paar Fragen, ich mache jetzt noch ein paar Fragen. Das war also der Dreh mit dem Osmo von DJI. Mit dem gibt es ganz eindeutig noch Probleme, sowohl mit der iOS als auch mit der Android-App. Grund genug für mich, dran zu bleiben, das Produkt nochmal intensiv zu testen. Insofern lohnt es sich für euch, mir einen Daumen hoch für dieses Video zu geben und natürlich den Kanal zu abonnieren, damit ihr dran bleibt und seht, was da draus noch wird. Denn ich werde das Produkt in jedem Fall nochmal herholen und nochmal intensiv testen. Auch für eine der nächsten Ausgaben von Video aktiv.